ARD Text im Auftrag von Funk Grüezi! Grüezi! Okay. Wir haben leider keinen Aufzug. In zwei Stunden komme ich da locker rauf. Machst du das mit dir da so, die neben dir einzieht? Ja. Aber keine Angst, ich stehe nicht auf Todkranke. Sie können ihre Meinung immer noch ändern. Bis zuletzt. Morgen Mittag werde ich... sterben. Das ist der Mississippi. Und das ist der Neil. Dann hast du aber der Erdkunde damals nicht aufgepasst. Denn Neil ist nämlich ein bisschen länger als der Mississippi. Du bist ein richtig kleiner Klubscheißer. Und du ein richtig amtlicher Psycho. Das würde ich dir machen ohne mich. Weiter leben. Und? Du bist genauso scheiße aus wie vorher. Nur hübscher. Nie wieder Treppen steigen. Nie wieder Zimmer auf. Nie wieder Angst vor dem Erstecken. Guten Appetit. Guten Appetit. Wollt ihr nicht was erzählen? Ich will ja nicht lange Beine sterben. Du wirst nur vom Blitzer schlagen, wenn du weiter den Mund zu voll nimmst. Du kannst jetzt noch nicht nach Hause. Das ist ja auch klar, oder? Jennifer? Beverly. ARD Text im Auftrag von Funk